Sehr schön, einiges an Pink Slime jetzt endlich auch mal. Ich weiß nicht, ob gut ist, dass da Wiese wächst. Aber wir haben einiges an Rezeptzeugen noch. Diese verdammten Slimes noch. Ich überlege gerade, könnte man eigentlich die normale Mob-Farm abschalten. Wir haben aktuell eigentlich ziemlich viel von allem. So, einmal Steuerung klicken halt. Das hört sich so an, das wäre das Ding schon wieder dupliziert. So, wenn wir schon hier sind. Zack, zack. Okay. Das sind eigentlich nur Diamanten, ne? Und das sind wahrscheinlich nur Emeralds, ne? Okay. Die zwei Tiers könnten wir auf jeden Fall noch dazulernen, ne? Das Emerald. Weil ja, es wird nicht günstig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch strommässig kostet es einiges, ne? Das war jetzt der Grüne. Aber so schlecht stehen wir ja grundsätzlich strommässig gar nicht her, ne? Wie schaut es hier aus? Ja. Ja, genau. Dreimal, viermal, drei. 36 Blöcke. Uranonite fällt uns. Okay. Das dürfte noch zu wenig sein. Das ist jetzt ja der Starter noch. Ich glaube, das müssen wir noch schmelzen. Können wir das? Ne. Können wir nicht. Ah, wenn es nur zum Schmelzen ist. Ich habe da übrigens auch zwischen den Aufnahmen was gemacht. Nämlich hier einen Exporter für Roh-Nederquartz, ne? Das heißt, wenn wir rohes Nederquartz reinschmeißen, wird es automatisch in Nederquartz geschmolzen. Ja, okay. Wisst ihr, was ich gebe? Zum Blaze-Spawner rüber. Dass der mal ein wenig läuft, ne? Und dann craften wir uns einfach noch so einen Kollegen. Logistik-Sorter. Nochmal das Ganze. Einmal den ganzen Blödsinn craften. So, auf 1 hier. Und da ist es auch schon still. Robit. So, zack. Einmal den Kollegen. Einmal noch den. Dann haben wir einen zweiten. Ich will nicht gerade, ob wir die gleich upgraden sollen. Mal schauen. So. Ein zweiter meiner. Dann, ähm. So eine bitte. Genau. Und. Ne, einen Point brauchen wir. Einen Point bitte. Dankeschön. Ich fürchte, da braucht man die F3H. Forge Ors ist schön. Urani Niete. So, wir bleiben hier stehen. Tag Forge Ors Uranite. Na, Ura. Nie. Ne, Ura. N-I-N-I. Uranite. Ja, weiß was ich. 400 irgendwas gibt es da wohl. Hauptstrom-Netzwerk. Ach. So, Hauptstrom-Netzwerk. Das wird gleich verdammt teuer. Hehe. shopping-Netzwerk. Veränder. wahrscheinlich werden wir nicht mehr rausschicken können ja das kostet gerade massiv strom sehr logisch macht jetzt aber nix immer das eine kabelzeug leer machen wir haben jetzt das andere stromzeug auch natürlich kaum schläft man durch den tag braucht man nicht mehr durch die nacht schlafen kann sich nur um stunden handeln da wird uns erst recht der saft ausgehen ja da verbrauchen wir gerade massiv effelin dafür haben jetzt aber das zusammen hat sagt sagt ich weiß gerade gar nicht was ich im anderen drin habe das müsste durch sein korrekt let's go das nenne ich mal instant dann den basic ging eigentlich gleich instanz könnte man sagen harden noch jubb let's go hat er wieder ein wenig Blödsinn verzapft ist definitiv noch nicht die Ideallösung aber was soll's es hängt halt davon ab wo gerade der Puls ist geht sicher also noch besser zu automatisieren aber ja vielleicht schaue ich mir ja auch irgendwann ein Video an wie das Ganze noch besser gehen könnte da haben wir schon die ersten da geht noch runter er ist noch am Craften okay da müssen wir halt hier ein wenig in meinem Auge drauf haben aber ja komm was soll das geringste sein das ist der Harden Trajektor let's go blazing oder auch nicht weil wir keine Blaze Rots haben deswegen wollten wir eigentlich hier herüben stehen ja so ein Speed Upgrades dauert es dafür haben wir auch länger Strom scheint also nicht halt so kommen zu sein ach jetzt muss ich in die andere Welt fliegen ich hätte nur in die Ender Chest schauen müssen ja gut wir schauen mal da hinten aus oh du bist noch am Werkchen okay lass mich irgendwo raus danke I need some more blazes 55 fehlt uns da okay aber der wird halt schon der blazing bringt 40.000 Fortune Energy pro Tick so den kann man maximal rauszählen aber 10.000 pro Tick der heißt 25.000 pro Tick der bringt 100.000 pro Tick das würde auf jeden Fall alle unsere Stromprobleme vorerst vermutlich beheben ähm ja Ignore Slides Spawn Count Pick Litch was weiß ich was okay Ghast hier zwei Enttests dazu Silent New AI ein goldener Apfel Knorps Bläs das war ja sehr teuer na ja An Obtainium okay da sind wir überall noch weit weg davon was man natürlich schon die zwei Max Entities Ghast hier haben wir genau eine okay die brauchen wir vielleicht noch dann lassen wir das noch wir werden aber auf jeden Fall was überlegen zum Kochen na hier schauen wir aus 27 48 48 fällt noch das ist schon einiges das noch ich hatte das hat zwei die auch nicht besser haben wir noch oder modium 2 ich weiß wir brauchen noch also wirklich spondyl ist jetzt bei 200 und mit ordem modium setzen wir es gerade mal 10 runter das bringt eigentlich es ist zu teuer für das also nicht so lange meine axt brauchen sage ich euch ehrlich wie es ist schauen wir hier dann jetzt haben wir am matten und sowas da können wir jetzt eigentlich ob es da können wir sicher irgendwas cooles essen scheppertzpeine fehlen uns ein paar dinge guckt man vielleicht hier tacho kartoffeln wir haben leider keine milch keine zwiebeln tomaten gibt es jetzt nicht so viel mit beef geht da mehr flour, karot, potato, beef stew enchiladas, die könnten wir uns eventuell überlegen und mit dem rabbit können wir sicher auch was machen rabbits stew da braucht man mushrooms haben wir keine barbecue on a stick okay da haben wir auch nichts passendes aber mit dem chicken müssen wir noch was machen können tacos auch okay tacos auch okay limonen chicken roast da braucht man eigentlich nur irgendwo mehr äh ding her na eier glaube ich haben wir zwiebeln bräuchte man eigentlich nur okay haben wir eigentlich gar kein brock brock ja nö dann sind wahrscheinlich da noch keine schweine gespawnt und jetzt haben wir ja den schon aktiv na wie schauen wir hier aus 47 es wird langsam ach da drüben wollen wir schlafen nicht teleportieren 28 wisst du was ich glaube wir benutzen jetzt erstmal den zwischending oder was generiert uns der naja zweieinhalbtausend ist halt nix na wenn wir uns ehrlich sind 28 fehlen uns da noch was bringt die haben wir gesagt plus zwei max ente er kommen was soll der guise was haben wir da jetzt für statistiken spawn delay zwischen 200 und 800 x4 es können maximal acht jetzt da sein ja was soll es besser machen hoffentlich 26 noch 52 ja 23 noch es hilft auch glaube ich nix wenn wir dann einmal neu starten da das ist echt ein wenig ähm irritierend dass wir hier noch keine borg jobs bekommen haben ich glaube es ist besser wenn das hier nicht voll ist na mit gras ein heißt ein oder bin ich gerade doof ach komm klicken bin ich auf jeden fall wieder mal doof heute jetzt läuft er wieder jetzt läuft er wieder na ja hilfe hilfe ein burning mühsam ernährt sich das eichhörnchen nicht nutrisional nutrisional paste hm schauen wir hier 110 wo wo was war denn das jetzt ups ja richtig geraten richtig geraten richtig geraten ein problem schließen wir da an da haben wir noch ein wenig strom drinnen hier haben auch noch noch ja das wird ein wenig dauern bis man den strom hier los sieht na fürchte ich da kann man ein millibug pro dick na wird ein wenig dauern bis man denn los sind aber ok der eine braucht einen jetzt sollte sich das ganze hier ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020